Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Crackblog. Beim letzten mal haben wir Crushed Diorits hergestellt. Wieso habe ich hier noch einen Anvil? Kein Kompto dazu. Ich habe einen Anvil. Hat ich jetzt beim Craft nicht der Anvil verbraucht? Das ist mir jetzt aufgefallen oder ist das ein Ghostblog? Auch dazu kein Kompto. Jetzt sind ja doch schon mal ein paar Items weggepackt, oder? Ja, warum? Dann haben wir jetzt einen Atem dazugepackt bekommen. Den Anvil hätten wir nicht kriegen dürfen. Haben wir aber trotzdem. Hey, cool. Okay. Aber das ist wirklich gut. Das sind 31 Irony, die wir jetzt dazu haben. Naja, die 31 Eisen kannst du nicht so dazuzählen. Ich glaube, ich werde durchs Schmelzen gehen wir schon verloren. Hier Repair Name. So, auf jeden Fall Effizienzsteigerung steht am Programm. Haben wir noch Silk. Also, ja, Strings haben wir noch 16. Aber ich glaube nicht, dass das für meine Formen reichen wird. Das heißt, ihr werdet ja besser doch mal... Farmen. Ah, könnte gerade doch so hinhauen. Oh, schön, dass die Werkzeuge magnetisch sind, die ich hergestellt habe. Oh mein Gott, ey. Ne, es wird nicht reichen. Puh. Ja, wobei. Ich werde um 2 erweitern. 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 Eigentlich schaut's hin. Okay. Dann mache ich mir nochmal 18 Sieves. Das sind wir keine mehr. Okay. Ist mir mal aufgefallen, dass das Oberteil der Truhe in die Barrels reinbackt? Äh, wie? Ja, stell dich mal hier hin und guck dir hier die Truhe an. Ach so. Ja. Könntest du mir mal grad die 2 erweitern geben, die du mir gezogen hast? Liegt auf dem Crafting Table? Und sprach hiervon dann auch... 16 haben wir noch schlecht wird für selbst post noch zwölf stück für dich sehr gut ich wollte 18 machen das heißt eigentlich noch vier schwupps dann noch dreimal hier so mit der sauer und dann habe ich alles was ich brauche ich habe nicht alles was ich brauche das kriegen wir schnell hin das ist schnell gelöst so was ist von mir was soll ich machen du wirst mal bei den quests weitermachen alles klar ich pflanze hier gerade mein neues sugarcane ein den steam extractor den steam shapesmelter steam macrater schlaußbuch da ist mein schlaußbuch ach das ist der cold ist die melch also die ganzen maschinen wie furnace oder der solar boiler jetzt sowas wie zircuit und so will ich jetzt erstmal die ganzen maschinen oder der mixer ist dann ich weiß mich warum die bäume wir sollten auch silken wir haben pisten pisten ja haben wir noch zwei dinger zack da steht jetzt keine da haben wir nichts drin also wenn du noch eins wir haben noch vier ach ich habe gerade zehn körper da haben wir sie zack zack bruchstein wo sie farben richtig erbruchstein muss gefarmt werden wer auch gar nicht so kompliziert aber ich glaube ich weiß nicht es ist der priorität liste hinten den ort schanker das war korscht ihr weit mit 24 prozent ja gucken wie viel die farme schon hergestellt hat seit dem letzten part läuft ich brauche redstone wir haben nur noch eins misst die farm hat wieder ein paar verschlungen dann muss ich mich da drum kümmern redstone ohr haben wir noch nee wir haben dieses komische ohr äh ender wir haben so ein kleines problem das heißt wir haben kein redstone ohr mehr das war crushed granit im tin mesh also dieses crushed granit im tin mesh könntest du dich darum kümmern das sind eigentlich schon mit dem tin gucken ach so ja gut dann kann ich schon ich habe hier schon die hände voll zu tun ich brauche den ok tin haben wir auch nicht alles klar tin mesh ähm ja das ist also fünf pro ding das heißt fünf mal 19 25 40 48 das heißt es hat gerade so ausgereicht sind denn die menschen ist hier müsste ich muss gleich die komplette fläche ist ja mann holt nun in einem freier radius das heißt dass auch der gruppe auf 25 abkommen will dann halt maximale effizienz die bäume auch schon mal hier fertig aber noch kurz sollten wir noch haben können seine schnutzung er geht darum dass wir das jetzt hier noch mal ganzen dinge da abbauen will für die fäden für die strings die ich jetzt brauche wir haben einfach hier dieses scheiß dinger genutzt für erde das war kack inzwischen sie werden der fahrte durch mein axler braucht sich nicht ich habe ich kriege zu einem erfahrungspunkte wenn ich hier abbauen zum anderen verbräuchte ich meine axt nicht ich glaube das liegt daran dass sie mir teilweise das holz weg nimmt und dafür dann die axt repariert welche axt hast du ich habe die obsidian das ist die speziell fähigkeit von obsidian ok ich weiß jetzt nicht also ich fand es halt nicht so stark weil die auch eine chance hat dass sie das doppelte verbraucht das ist das problem deswegen so ich habe 28 schwätze mal wieder gefarmt was definitiv kriege ist ziemlich wieder mal erfahrungspunkte ja das kommt von kupfer was ich in deiner dinge reingebaut habe brauchst du jetzt zwei crafting stations ey die eine zum dinge smacking die andere für das crafting der dinge ähm ok ich muss doch mal die strings farmen das reicht auch nicht was ich habe ok ich brauche jetzt den ok den hast du noch nicht gefarmt oder ja da ist sie ist in der in dem fern ist da muss ich halt nochmal nochmal hin 48 stand stark danke so wie war dort 1 zu 3 die mischung richtig ja 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 klingt logisch 7 klingt logisch 7 das heißt 1 2 3 4 5 6 7 kein bronze mehr ich hab doch ganz viel bronze im inventar doch alles in alles grad hier im nutzen warum nochmal nochmal bronze reinlegen wo tust du bronze reinlegen in die bronze chest da ich hab doch ganz viel bronze im inventar hat es mir aufgefallen ach ja ich hab doch noch mal eine bronze drum ne ne mach ich gleich ähm also man glaub ich weiß die crooks bronze sollte jetzt genug meshes haben so ich schmelze jetzt grad so viel kupfer ein wie nur geht junge haben wir noch 8 kann ich mir nochmal mehr klaublöcke gönnen ne ok 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 hören wir mal an ja mein laber ich war ja nochmal auf meiner agenda oh wir hatten noch bronze dein ernst ja schatz die ganze zeit im inventar gehabt und das ist jetzt kontraproduktiv egal ne jetzt hab ich die ganze sache auch schon zu bronze eingeschmolzen naja egal ja kommen wir früher oder später so zack 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 nament dat small 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 so da ist small dafür brauchen wir alles das jetzt jetzt ist so viel effizienter als erhofft äh enda hast du denn sonst noch was zu fälschern deinem inventar ich hab sonst keine bronze mehr aber sachen zum craften na was fürs was meinst du wie zum beispiel der cylinder ne sowas hab ich nicht sowas hab ich immer so hergestellt dass ich es ja dadurch keine überproduktion hergestellt also ja gut ne dann ist das wie heißt das ding ähm dann ist das alles schon kaputt belastend ähm wir haben kein eisen mehr doch ich hab noch zwei stück was hab ich hier die ganzen crux weggetan die ganzen bäume wollen ja auch noch geschoren werden ähm dann dädan 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 die Parallel dädan 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 kein granit gefarmt das heißt wir dürfen eigentlich nichts mehr haben dann gehe ich mal grad granit farben hier ist noch ein eisen und ich habe mich anscheinend erzählt das braucht auch hier diese genau fast komplett verbraucht also war es doch oder nicht ich brauch tin alloy wie ging nochmal tin alloy eisen in kombination mit äh dings eisen sag bitte ich kann die pin und eisen scheiße ok hab ich jetzt hab ich jetzt ganz viel tin verschwendet dann muss ich nochmal tin farmen warum hast du jetzt gemacht ich dachte ich bräuchte tin rods aber ich brauche tin alloy rods kupfer das ist kupfer das ist Mist das ist Iron das ist ungebrauchbares Iron das ist Krott überhaupt noch mehr haben wir nicht ähm auch unnötig praktisch 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 um eisenbahn zu ergattern theoretisch ich mach ja keinen unterschied ob ich es hier drin mache oder hinten ok wir haben wieder eisen aber Warum haben wir jetzt zwei mal einen Iron Screwdriver? Ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube ich habe den Albit Shift gegen die Tour reingelegt. Ja, aber warum haben wir zwei davon? Damit wir es gleichzeitig verwenden können. Äh, wir haben keine Säge mehr. Achso, den. Egal. Äh, die Säge... Hier ist eine halb kaputt, ne? Vielleicht reicht die. Die reicht? Ähm... Und jetzt folgt noch die Wrench. Okay, ich habe wieder genug Tin. Haben wir noch. Erstmal gucke ich mir, wie Tin Alloy geht. Tin Alloy. Okay. Das heißt, ich brauche nur 22 und Iron. Aber das reicht schon hier die 22. Hätte, hätte mir Tore die Schicht noch mal mehr craften müssen. Egal. Brauchen wir früher oder später sowieso. Ne, ich brauche 23. Hast du noch? 23 Iron? Genau 23. What? Ah, schau, es war nochmal 30 in der Truhe. Äh, neben Seed Furnace. Und dann... Okay. 6 Stück. Perfekt. Weil ich habe jetzt hier Angst wegen der Bronze, was drin ist. Na, das müsstest du vielleicht dann rausnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das vermischt, aber ich will sicher gehen. Zack. Ich habe einen Steam Meserator. Hier guck mal. Ja. Bitteschön. So, ist sehr gecraftet. Ja, kennt man. So, nächstes Rezept. Ja, hat jetzt so gemacht, dass jetzt... das Bronze richtig rum angezeigt wird. Steam, Steam, Steam Furnace. Steam, Steam Furnace. Komm, holen wir den erstmal rein. Äh, wir probieren die Small Pines. Und den brauchen wir dafür. Dafür probieren wir vier. Also das ist ein schönes Stück. Adds. Clay, haben wir nicht zufällig noch irgendwo. Ähnlich, dass ich wüsste. Vielleicht noch in der Truhe, aber dann nur geringe Mengen. Oder sich das mit der Truhe, aber die Truhe, mit der Truhe, mit dem Ketten. Und jetzt unter die Truhe zu finden, wir werden das nicht mehr draufgeschaltet haben. Und dann natürlich auch schon wieder da, in der Truhe, mit der Truhe. Wenn das ja auch schon wieder�를riert ist, dann gibt es ein bisschen mehr genauso. Und dann bist du jetzt mal das. Drei mal wieder raus. Und dann noch mit dem Ketten. Das war einfach so. Und dann wird das nicht so. Und dann können wir ja auch anziehen. Jetzt ziehe ich mit aus, oh, Quang Zutron ist schon wieder voll. Das ist halt die neue Bronze, Tom. Okay. 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 Ja, noch mal 4 Bronze Plätze brauchst du. früh oder später sowieso und es fehlt noch an holz das wenn ich eins mehr geben kann so zack oh da ist die im von das okay so zwei iron plates sechs stück davon und zwei drei fünf sechs zwei drei vier fünf sechs ich mag es einfach wenn man doppelt drohen hat für mehr platz läuft dann dann können wir uns mal als nächstes für mehr Lava zwischen so dass sie auch schon wieder Durst sein jawoll Tin Eloi die 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 Team Fernus Sehr schön Ich habe nur 44, sollte eigentlich schon 40 Schaben, achso, ok, das wird jetzt spontan Die Falle ist kaputt gegangen, das ist eine Falle, das ist ein Screwdriver, die sah ähnlich aus. 45 Jawoll Zack, 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 zack. Das sind die kleinen Effizienzsteigerungen, aber das wird sich am Ende lohnen. Da sind wir jetzt nochmal ein weiteres Tinoloi. So, es ist Zeit, ich brauche mehr Bronzer. Wir haben noch 31 in der Truhe, oder brauchst du noch mehr? Achso, 31 haben wir noch in der Truhe. Wir werden zwar auch nicht für immer reichen, aber es ist schon mal ein Anfang. Das war überhaupt der Steam Furnace. Smelting things with steam. Achso, es ist einfach ein ganz normaler Ofen. Eigentlich ziemlich unuseful. Ender, ich hab Scheiße gebaut. Oh nein. Ich hab ne Bronzer Chest gebaut. Irgendwann werden wir die nochmal brauchen. Jetzt wird mir Bronze. Irgendwann haben wir das kaputt gegangen. Okay. Dann messen wir den Cloud Blöcken. Haben wir noch... Ja, wir haben noch... So schön wie dieser drumherum Weg ist... Ich glaube ich werde hier ein bisschen... Randale anstellen. Ich stehe es als Vorteil an, das hier in der Nähe zu haben. Das ist... Perfekt 30 gewesen. Das heißt, es müssen genau... Zehn Stück sein. Da ich aber elf habe, kommen nochmal drei... Davon hier rein. Tag. 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 ganz ganz viele wolken das muss man tiefer machen ich muss man tiefer so wie wäre es wenn ich diesmal keine chest crafte sondern einfach das rezept was ich haben möchte danke also es verschiebt dann glaubt mir veranrichtet auch ein glas und ein bisschen einfach nicht mehr klar haben wir noch irgendwo ein glas nicht dass ich wüsste sie das haben mir ist mindestens scheiben wir haben hier ein glas ja das kannst du einschmelzen haben das war porzellan clay zweimal clay und nether quartz oder bombeal aber ich glaube der quart ist mittlerweile einfacher kommt es nicht mehr raus wetten mit einem schönen schwert was machst du jetzt hier mit der branche in der truhe also soll ich die hier platzieren er kann sie ersetzen zehn da kommen wir nochmal ein bisschen größer eins größer am anderen noch ich will mich hier nicht tot sparen steams oder bollas von nummer drei klasse silver plate was damit hier schön abgerundet ist zack 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 ned acknowledgement so für dieses mehr optik dann doch wert legendary Insobte, dass du jetzt wirklich der Platz hier ist. Ah ne, das ist Lava, okay. Es leckt Hilfe. Bis zum nächsten Mal.